hallöchen leute daniel schreibt gerade was für die youtuber gucken wir mal was war hier ja geil das den können wir nämlich nebenbei laufen lassen das ist sowas nenne ich update loot und update loot ist natürlich für den angreifer immer gut so nebenbei gibt es natürlich mal wieder so ein bisschen frage antwort special beziehungsweise kommentar antwort special und zwar habe ich ja dass das update video gemacht und das kam auch ganz nice an jetzt gucken wir mal was hier so bei dem update video alles so geschrieben wurde also es wurde sich extremst natürlich über die luftabwehr über das design der luftabwehr hier seht ihr es noch mal extremst ausgelassen dass das halt wirklich total kacke ist und das klar wie gesagt das kann jeder selber sehen wie er möchte ganz klar wann kommt mal was für rathaus 7 ich bin der meinung ich bin wirklich der meinung rathaus 7 ist so dass wo du halt sagen kannst so lange ist man da nicht muss man ganz ehrlich mal sagen so lange ist mal nicht auf 7 und auch diese zusätzliche sache ist halt einfach die du kriegst den king du kriegst den king bis auf 5 ganz klar und somit hast du eigentlich wirklich also rathaus 7 ist so dass erste rathaus was halt wirklich richtig hardcore was bringt und von daher ist eigentlich viel ist meine meinung so irgendwie geh doch mal auf rathaus 8 schreibt ein zuschauer auch nicht schlecht dann schreibt karaba clash and more der schrieb ja ich habe ja nicht mal eine 6000er leitung ja da hast du mal richtig schön die arschkarte gezogen ne es ist halt wirklich so man sitzt halt echt da und denkt sich alter eine 4000er leitung er schrieb gerade er hat eine 4000er leitung eine 6k wäre ein traum klar in dem bereich ist es halt wirklich so dass man auch wirklich diesen unterschied merkt also bei mir wäre es jetzt so wenn ich hier meine 50.000er habe naja mein gott wenn der 48 ankommt stört mich das nicht aber zwischen vier und sechs merkst du dann doch schon krassen unterschied auf jeden fall aber ich muss auch dazu sagen ich wie gesagt ich bin ja nur da wirklich vom fach also ich kann ja nicht bei vielen sachen sagen dass ich vom fach bin aber da ist ja nur wirklich so da muss ich wirklich sagen ist es meiner meinung nach auch so ich habe auch eine tausender leitung unterschätzt also am anfang wirklich dachte ich ja naja gut okay also beziehungsweise nicht am anfang sondern jetzt also zu der heutigen zeit naja eine tausender leitung geht ja gar nichts aber so ganz normales surf ist natürlich da auch ohne probleme machbar wenn man natürlich dann mit mehreren rechnern dran sitzt ist das natürlich ein bisschen schwierig so dann schreibt keystar 96 aber das gucken wir uns gleich mal an nebenbei hauen wir hier nochmal einen angriff raus ich haue einfach mal king diary wie auch immer lassen wir mal rasieren würde ich sagen und keystar 96 schreibt dir ist schon klar dass bei uns in den kriegsklans die walküre die besten truppen neben golems und heiler sind das mag gut sein kann durchaus sein klar logisch kann auch jeder selber sehen dass wenn ich mir jetzt in anführungsstrichen jetzt ich will jetzt nicht zu sehr daneben liegen aber wenn ich mir jetzt so die anderen clans wie jetzt zum beispiel gnadenlos oder sowas angucke ich will nichts falsches sagen aber da sehe ich jetzt die walküre nicht unbedingt jedes mal wie gesagt man mag damit richtig gut reißen können auf jeden fall also das würde ich auch nicht sagen dass es heißt hier das ist die totale scheiß truppe jeder so wie er das halt mag wenn er halt sagt gut okay kommen mit der walküre kann ich halt richtig was reißen vollkommen in ordnung aber nichts für mich so ist es halt einfach und miss m schreibt was ist bitte mit den hawks ja die wurden vergessen und das hat aber auch dann geschrieben der keystar und dann war das auch in ordnung soweit so luftabwehr level 1 sieht aus wie ein penis ja das lassen wir jetzt einfach mal so stehen das update ist für ratos 8 wieder scheiß ja aber wie gesagt es tut sich ja wenigstens was es ist ja nicht nur so dass gar nichts passiert inferno turm level 7 ja da scheine ich mich wohl wieder so ein bisschen versprochen zu haben ist aber auch einfach so man sitzt da und es soll natürlich relativ schnell das update video rauskommen ist ja wohl klar ich meine ihr wollt ja neuen stuff logischerweise und dann ist natürlich dann cool wenn das relativ schnell geht dennny schreibt mir ist gerade was in den kopf geschossen ist nicht youtube an sich ein riesiges product placement du zum beispiel für coc andere minecraft und andere sachen vollkommen richtig sehe ich ganz 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 genauso sehe ich exakt genauso wenn man überlegt was das wird ja immer wieder geschrieben dass eben viele sagen hey durch die videos habe ich immer mal wieder reingeschaut bin dann wieder dazu gekommen und so weiter und so fort und wenn ich jetzt zum beispiel sage auch guck mal hier für ein boost oder sowas kann man das immer mal machen und ich selber halt eben auch viel boost bestes beispiel ich halt selber wirklich in jeder folge boosten würde würde ich euch ja in anführungsstrichen auch vorleben sage ich jetzt mal hier kommen das ist eine coole geschichte kann man machen und so weiter und so fort und euch da eventuell auch noch mehr dazu animieren und zu sagen okay ach komm beim gusula läuft das gut im boost dann hauen wir eventuell auch noch mal was raus ganz klar also das hat schon logischerweise direkt was miteinander zu tun ist meiner meinung nach definitiv so da hat dennny definitiv recht stefan weinberger schreibt mein account wurde gelöscht das ist natürlich eher unser unschön das ist natürlich nicht so schön keystar meldet sich noch mal ein wahrer coc spieler sieht den unterschied zwischen 5 und 6 luftabwehr hast du schon vollkommen recht das ist wirklich so ich sehe den mittlerweile auch klar nicht das thema aber ich habe mich da am anfang echt schwer getan also ganz ehrlich 5 und 6 sind schon wirklich die luftabwehren die sich halt echt am ähnlichsten sehen also da musst du mir recht geben ja und wie gesagt zum design klar die fackeln und info buttons sehen anders aus das gold im lagern auch richtig das gold die gold lager sehen definitiv anders aus das stimmt beziehungsweise seht ihr ja hier jetzt dass es eben so komplett leer ist also die haben das wirklich schon einmal komplett neu aufgesetzt auf jeden fall das jetzt gucken wir nochmal auf das scheiß faker ach so brennerchen 13 ja wobei ich das auch ganz ehrlich ich finde das nicht weiter wild wenn man sich aber wiederum natürlich dann mit brennerchen 13 zum beispiel irgendwo im global sehen lässt und dann eventuell noch in einem clan ist der halt brennerchens clan relativ ähnlich ist und dann natürlich in anführungsstrichen irgendeinen mist schreibt dass das eben ihm sozusagen also dem alex halt irgendwie vor die füße fällt das ist natürlich ein mist aber ich würde jetzt zum beispiel keinen haten oder sowas der jetzt zum beispiel sich gusuar genannt hat das ist in ordnung das ist okay bloß wie gesagt dann muss halt eben auch das verhalten passen ganz klar ansonsten er sagt ja auch selber er heißt leon also er hat sich jetzt nicht irgendwie als alex ausgegeben ist es ist meine meinung aber wie gesagt das sieht halt jeder anders wie ist das bei euch es sagt ihr halt hier kann er sich nicht mal was eigenes aussuchen oder sowas oder sagt ihr ja das ist okay also weil wie gesagt ich kann damit leben das das passt also da das finde ich nicht weiter schlimm so jetzt gucken wir mal natürlich natürlich trotzdem noch mal weiter ob war hier noch was nee sorry genau nova genau alles klar von luis achso ist eine verteidigung ja das passiert mir nämlich so schnell nicht wieder sag ich mal früher ist mir das immer passiert oh ja mist und dann merke ich irgendwie kurz vorm ende ja scheiße das war ja gar kein angriff das war eine verteidigung ihr guckt euch das an und ich erzähle weiter so ganz ehrlich ich bin rathaus 8 und nur das matchmaking wurde für mich geändert ja echt so gibt viele tauner achter die richtig suchten und nie kommt was neues naja bin zum glück fast max und kann bald auf 9 hoch ja wie gesagt das rathaus 8 muss man halt sagen es ist halt wirklich so das hält halt echt auf ihr habt es bei mir gesehen wenn man es halt wirklich so krass halt machen möchte wurde gegiftet mal gucken ja es wurde gegiftet und guckt mal ihr seht es ah die die wollen immer raus die wollen raus aber werden dann eben durch die neu gedroppten truppen halt wieder reingezogen richtig richtig cool das ist schön dass man das hier echt mal sieht richtig nice hat mir sehr gut gefallen das ist cool gemacht dann hat man das einfach mal schon im spiel mal gesehen einwandfrei so die armee übersicht ist anders genau ganz erheblich ne ganz ehrlich so so das update ist scheiße die luftabwehr ja genau man sieht ja mittlerweile wie viel bauarbeiter beschäftigt sind das ist eine richtig coole sache niklas 2001 schreibt ich habe eine kleine frage verwechselst du die zahlen absichtlich oder nicht also wenn ich zahlen also ganz einfach ich verwechsel nicht absichtlich irgendwelche zahlen dann ist es einfach wirklich aus dem affekt her ja und dann tut mir das auch leid ist nicht ist definitiv nicht gewollt ganz klar logisch joel oder joel schreibt ich habe erstmal fünf million ne du hast erstmal fünf millionen millionen juwelen bekommen du hast einmal fünf millionen ausgeschrieben und dann noch mal millionen hinter peter lustig schreibt sauber guso ja der lebt ja nun leider nicht mehr richtig peter lustig ist gestorben ich weiß nicht wer kennt den überhaupt noch von euch sage ich jetzt mal seid ihr damit groß geworden also wie ich jetzt zum beispiel ich habe das ja eben auch noch als kleines kind gesehen aber ich denke mal viele von euch dürften das gar nicht mehr kennen denke ich mal so nebenbei greife ich hier auch nochmal an wie er sich freut am anfang schreibt der pixel ja ist wirklich ist halt wirklich so es ist halt und wenn ich mich halt wie gesagt nicht darüber freuen könnte dann würde ich es nicht machen echt also wirklich wenn ihr halt wirklich wüsstet was da echt für zeit drauf geht und für energie die man halt reinsteckt dann muss das spaß machen also wenn das nicht spaß macht ganz ehrlich ich sag's man darf es ja halt wie gesagt nicht offen und ehrlich sagen aber für dieses geld würde es sich dann halt einfach nicht lohnen es muss einem spaß machen sonst hält man das auch nicht durch und sonst macht man das auch nicht lange so wir haben hier einen gegner der ja der natürlich angegriffen werden möchte und das machen wir hier auch mal ich probiere natürlich erstmal außenrum so ein bisschen kein plan was ich hier sonst noch so reißen kann na eventuell hier ein paar bogies weil flächenschaden habe ich nicht hier das passt genau schön hier komm geh außen rein also dann geh da rein weil dann lässt mich der infernoturm noch ein bisschen in ruhe den möchte ich nämlich eigentlich nicht so gerne rumärgern ah da ist gerade ja klar da geht dann schön der flächenschaden los so jetzt gucken wir mal ob wir hier eventuell die eine oder andere mauer sprengen können und dass wir dann hier hier lang gehen und jetzt eventuell mit dem king noch ein bisschen abwechslung hier nicht abwechslung ich erzähle schon wieder eine scheiße hier ey gibt's gar nicht jetzt rushen wir hier mal rein und hauen rage rauf mit irgendwelchen random truppen so auf auf multi ist ja nun nicht so wild zack yeah inferno leer läuft halt bei mich das ist natürlich richtig geil heiler noch gedroppt hier eventuell geht da noch was geht da noch was bitte 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 lass den inferno leer gehen bitte lass den auch leer gehen das wäre ziemlich geil aber das wird wohl nichts schade schade marmelade auf jeden fall aber und hier jetzt eben auch der fall weil ich das eben auch gefragt wurde ja naja lohnt sich das denn noch so mit queenwalk und so weiter und so fort und mit der zeit ich sag mir guck mal ich habe ja jetzt auch was gut bekommen ist mir doch egal ob ich verloren habe oder nicht klar ist dir das natürlich ein champ oder sowas dann nicht mehr egal aber ansonsten ist das voll in ordnung das passt das ist in ordnung so jetzt achso ha ha jetzt hier 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 alles abbrechen alles abbrechen weil ich bin im cw dabei davon kann ich euch dann leider live gar nichts mehr mitteilen weil ich ja wie gesagt denn ein paar tage komplett offline bin wo halt gar nichts geht von mir ich nehme ich nehme vier gollies mit und dann gucke ich mal was was hier so noch noch geht eventuell noch ein heil mal gucken das lasse ich komplett auf mich zukommen und hier haben wir noch ein paar truppen zum spenden es geht nämlich darum dass ich hier go crack mal machen möchte im cw und ich hoffe mal dass das läuft hier auf jeden fall das war es dazu jetzt gucke ich gerade nochmal vielleicht haben wir hier noch ein video hier so geil hier man sieht gleich was los ist kriege ich direkt into my pocket und alles läuft das ist auch das sind einfach so eine kleinigkeiten die halt richtig richtig cool sind achso nebenbei hauen wir nochmal ein paar magia raus ich haue mal einfach nochmal dass ich was zum spenden auch noch habe dann sollte das eigentlich ganz gut laufen gucken wir einfach mal das sehen wir dann so danke für alles passt so achso jetzt haben wir noch hier bestimmt irgendwo noch was gutes ein bisschen was loot am start loot ja dann gehen wir erstmal auf loot das ist immer gut naja ist in ordnung so guso ich bin frisch townhall 9 und hatte eine luftabwehr auf level 1 und durch das update ist sie jetzt auf 2 what ok bowler ist kacke schreibt asim supercell games ich habe das wirklich beim bei max schon gesehen halt in grizzly tv als er das video halt zum update vorher gemacht hat und da dachte ich auch schon der bowler mhm also so so knallermäßig sah das jetzt nicht aus also das dauert ewigkeiten und ich meine klar dass dann halt zwei sachen hittet ok von der sache mit seiner coolen bowlingkugel ist schön dass die sich halt eben was neues ausgedacht haben ist ja auch mal was ganz anderes aber ja der ist jetzt nicht der knüller ok wenn die cb truppen aus dem griff zauber fliehen sollen ne fliehen was soll man dann damit machen wenn man ihn nicht gerade mit im geschehen mit im geschehen setzt ja genau ihr habt es gerade selber im video vorher gesehen so muss man es dann machen das heißt dann muss man immer wieder eine truppe droppen dann muss man halt wirklich ein paar bogeys oder sowas äh noch als reserve haben ähm dominik schreibt wirklich gusor probiere die valkyre aus äh so war sie war vorher schon stark wenn man sie richtig eingesetzt hat aber ich habe eben mit riesen magiern und valkyren angegriffen und wie du sagen würdest directly in der face from the gegner ohne witz ich glaube die valkyre wird jetzt ein eine sehr große rolle spielen insbesondere in klaren kriegen okay also es wird definitiv nochmal einen richtig krassen valkyren angriff geben äh krass im sinne von ihr wisst was ich meine also viele valkyren und äh ob der sich dann lohnt ist dann eine andere sache aber denen wird es auf jeden fall gehen also hier karl schreibt nämlich auch nochmal bitte valkyren angriff auf jeden fall ähm denen wird es dann geben wie gesagt wenn ihr das haben möchtet ganz klare sache und fertig so fakt ist tobias schreibt fakt ist warks sind op ähm bowler ist schrott die luftabwehr sieht bekloppt aus weitere meinungen zack wird geliked hey funktioniert ein king walk mit king level 7 rathaus 8 ganz ehrlich king walk geht meiner meinung nach grundsätzlich nicht so krass ab es ist halt wirklich so wenn ich halt die queen gedroppt habe und dann nochmal zusätzlich sage gut okay komm ich will dass die queen grundsätzlich nicht so viel angehittet wird oder ich habe halt meinen king und will dass der halt wirklich ein bisschen länger lebt hau gerne noch ein paar heiler rauf aber erwarte längst nicht so viel wie vom queen walk auf jeden fall ohne valkyren angriff bitte mal wieder ein feines video du gott naja als gott würde ich nicht bezeichnen das auf keinen fall aber äh vielen dank dafür äh zeigst du mal bitte valkyren ja auf jeden fall cooles video immer noch professionell ja vielen dank dafür ich kriege richtig fett loot wie ist es bei euch ja bei mir war es nicht so doll ähm clash with me war total gesplasht von meinem von meinem text äh ich kriege richtig fett loot wie ist es bei euch ne scheiße das war was anderes ne xbl games schreibt da stand ich hinterm ofen ja weil ich das mal kurz erwähnt habe ähm ja luftabwehr sieht schwul aus ja das war es auch schon mit euren video kommentaren und ja wie gesagt immer mal wieder so ein ja so eine vorlesestunde finde ich gar nicht verkehrt dass man das halt einfach wirklich noch mal ein bisschen besser integriert in so ein video als einfach nur zu kommentieren ich denke mal das ist gar nicht schlecht wie gesagt noch mal ein großes großes dankeschön an die mittlerweile wirklich fast 20k subs also mein ziel waren ja immer die 10k und die haben wir jetzt wirklich schon seit einer ganzen ganzen weile richtig weggebagert und wenn man jetzt zum beispiel auf social blade oder sowas schaut sieht man ja was man so täglich macht und da bin ich wirklich immer schön über 30 subs am tag und das ist schon ziemlich geil und äh das freut mich halt echt mega und wie gesagt mittlerweile werden auch die klicks immer mehr vielen 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 dank dafür wenn euch das gefallen hat haut wieder einen daumen nach oben raus das wäre eine coole sache und das war's von mir erstmal der gusur sagt tschüssi Tschüssi.